Morgen, Zeit für ein Video. Hier liegt alles zu schlafen. Lola hat die gerade gefüttert, also die haben alle gerade bei Lola getrunken. Jetzt hören die meine Stimme und dann geht das meistens schon los. Das ist jetzt einmal 500 Gramm Rinderhack mit Ziegenmilch und Brei und das geht jetzt hier rein. So, normalerweise kommen die dann immer alle. Und das dauert nicht allzu lange, denn es ist alles weg. It's Sunday morning, time for a new video to entertain you on the puppy movie. Someone is always eating like a pig. So, this is now one pound of minced meat with water, goat milk, powder and something to make it thicker, like to make a baby, baby brie, baby meal. And this is what you're eating now for, look at this pig here. Four times a day. No, three times. And I try now from yesterday on, once giving them as well white bone kibbles. So. So, very, very nice they're all doing this. Sometimes they're lying in the food, so you can't imagine how they're looking like that. So, alle machen das eigentlich so ganz ordentlich, bis so die Reste da sind. Dann fangen die mal an zu schieben und legen sich da rein und drängeln und einer liegt immer oben in der Mitte auf dem Hut. Also, das wollen sie gar nicht glauben. Ich lasse sie jetzt mal in Ruhe essen. So, I leave them for the dinner and say bye bye. Bye. Bye.